Wo geht's hin? Ich gehe nach Spanien und Italien, Deutschland, Polen und Rumänien. Ich habe das Recht, wie jeder Europäer, in jedem Land zu wählen. Aber du hast nur eine Stimme. Hey, erzähl all deinen Freunden von der Wahl. Oh ja, werde ich. Gute Idee. Ermutigt, eure Freunde zu wählen. Dieses Mal wählen wir. Europawahlen am 26. Mai 2019. Ich gehe nach Spanien.